Hallo und herzlich willkommen zu FIFA 16. Ich bin der Maeve und spiele heute gegen Ricky Mania. Hallo! Bist du heiß, Ricky? Ich bin heiß! Alter... Ich bin so heiß, ich könnte aus Spanien kommen. Ja, Ricky hat sich in Spanien gesnackt. Ich habe in Italien gesnackt. Da hast du ein geile Montagsspiel. Das ist heute, das ist Predictions. Wir sind das Orakel. Genau, wir sind das Orakel für jetzt am Montag. Und ich musste feststellen, dass Italien gar nicht mehr so eine gute Mannschaft ist eigentlich. Das ist schon lange her, dass ich mit dem 4-5-1 war. Ich war jetzt natürlich eine ausgezeichnete Mannschaft. Aber ich will hier Ricky jetzt nicht stark reden. Nein, nein, nein. Will ich ja gar nicht. Sag... Oh, schade. Ja, FIFA ist das erste Mal bei dir, ne? Das erste Mal bei mir tatsächlich. Also früher, wo mein Kanal ja noch ganz alt war, habe ich ja tatsächlich... Wo ich richtig aktiv war. FIFA 13, habe ich ja FIFA 13 Kampagne gespielt sogar, ne? Alter... Also richtig, richtig hart. Ich war sogar 2 Euro vergezahlen damals noch. Für die Kampagne? Ja, um die Kampagne um die Spanien zu lösen. Nee, um sich ein eigenes Team zu erstellen. Alter, wie dumm! Ja, das fand ich nicht so was damals. Das hätte ich... Du siehst ja, ich habe es 3 Jahre später noch nicht vergessen. Ne, ne. Ich habe hier den Kommentator noch an. Tor! Ne, ich habe hier den Kommentator noch an. Ich hoffe, der stört nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob's der nervt? Weil dann mach ich ihn beim nächsten Mal aus. Sag mir bitte aus. Bei Ricky würde außer... Bei Ricky gibts dann auch nen Part? Ne? Wenn ich nen Part mache, macht Ricky auch mal nen Part. Könnt man ja schon. Scheiße, 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 Scheiße! Scheiße, Scheiße! Ja! aber ich habe mich gewundert dass der schuss noch gespielt hat also der ja nicht leugnen welch kann eigentlich gar kein fifa habe ich schon nie gespielt außer damals als er kind war wieder 2013 als er kämpft da war ich immer noch mehrere jahre älter als du jetzt das stimmt das stimmt doch mal weg da recht die die beine du bist ja eigentlich gar nicht so fußball interessieren aktuell läuft ja die em das heißt ja ja hier hast du überhaupt ein spiel gesehen ja das deutschland gegen eine mannschaft hast du es überhaupt gesehen wirklich gesehen ja da hast du mir kurz reingeguckt wenn ich habe ich habe es wirklich gesehen was es lief nichts dann habe ich das habe ich das glaube ich bei cdp guckt naja da haben wir aber glaube ich nur gespielt ja das war in polen ja die schimpften polen ich gucke schon ab und zu mir guckt haben sogar den hsv der hsv-fan also ich weiß ich weiß schon was das ist das bundesliga technisch und in deutschland und fußballtechnisch schon so abgeht ja ich habe ich kunde mich da auch ich weiß auch die ergebnisse meistens aber ich bin jetzt nicht so dass ich jetzt jedes spiel gucken muss und die ergebnisse ich habe auch das finale sehr mit gefiel weil ich war auch total besoffen als als wir gewonnen haben als der weltmeister worden der mich am arsch habe ich da gefeiert ja das war ein cooler abend auf jeden fall ja da waren wir ein paar public viewing public viewing heiligen geistfeld voll ja den tausend mehr der reberbahn war nicht mehr befahrbar mit dem auto die war voll menschen überall menschen wir waren auf der fernbahn hier in berlin aber das anstrengend aber ich bin jetzt nicht so dass ich jedes spiel ja weil ich habe wichtigere sachen zu tun wusste erst wo man das mit hier die falsche stil verdammt ja hoffentlich spielen wir das auch immer was habe ich mir ja gekauft zweimal ja ja vorher kommt noch geht ja schon die diesmal war ich nicht so wie auf die m zurück zu kommen ist aber ich gar nicht so ein fieber nee letztes mal der wm war ich richtig im hier habe ich auch alle spiele gesehen wirklich alle offen und weiß ich kenne so interessiert was weiß ich dass er hatte also mit korne damals zusammengeguckt und da war die beide komplett abwesend für die ganze wm zeit ja aber jetzt und bis zu ihrem die ball weiß ich nicht ja das ist ich dachte ich muss diese besuchung da habe ich für die eröffnungsfeier angeguckt und ich bin so sind wir völlig verkackt war ja mega langweilig was soll denn jemand haben wir an die krepp gedreht wo sich csakdreowa oh shit nur meine controller hat sich gerade deaktiviert ja natürlich sind wieder dahergelaufen jaja ich muss es dann langsam mal gewinnen jetzt hier dann muss ich mal tor verschieben hast du schon was über die stimmte spiel ja ja weil ich so dass frau ging ja okay wie früher das eine mann werfen so dass ich diesmal schön auch das ist das einzige wo uns schon war ja schade das ist das dass wir es wird gebumst sein nur dass es schöner aussieht stürmen du kannst es schöner auf ich kann es jetzt schöner aus dem jahr bei neu cbu das ist doch das ist doch das ist doch ein anderer das ist kassinas es gab doch auch einen falschen haben wir haben es doch der erste spiel auch mal ich glaube ich glaube er doch gesagt seine letzte m oder kann auch dann alle angaben ohne gewehr bevor mich jetzt ausbüht dann machen wir uns jetzt noch richtig frechschluss das will ich nicht machen sowieso gemacht wurde gerade ausgesteckt hast du los und der controller weiß ich nicht die kabel ist im arsch oder oder ist richtig gut alles klar ich bin ich bin mit der mauer man kann ja nur in wer werden wenn wir eine spielserie ausschalten was ist das tor gesehen wie kommt er mir vorbei aber was ist das gerade aktueller spielstand ja dazu geschockte ich will gerade wieder geschlüpfen also wie gesagt ich kenne die kommentare kommentator aus lautstelle zu laut ich konnte nicht vorher testen wenn man ja nicht vortesten können das war ja unmöglich das kann man nicht vorher testen wir waren heiß auf das spiel wir waren heiß und ich hab mir gebraucht bock ich hab mir gebraucht bock ich hab mir gebraucht dass ich auch mal so sein musste ihr müsst mich wissen ich bin ich bin mit haben so ein grummelbärmer der momentan der volo deswegen kommen auch momentan so wenig videos bei mir weil ich finde ich bin momentan nicht so die die spielmotivation das ist schrecklich super flanke oh richtig oder auch so druck zu machen was denn da los jetzt wird's gefährlich wird er gepumpt wenn du erst mal den ausgleich machst vor der halbzeit enden rastig aus tor weg damit weg damit tor uiuiui ein chillungen ich mach vielleicht mal ein bisschen ich kann ja mal das hat ja das sieht ja keiner nach kann ich mal kurz ein bisschen leiser machen mach die kommentare ganz aus solche ganz ausmachen ich mach mal ganz aus und leise alles könnte man sich wie leise ist bei mir eingestellt ist krass ok ach diese ruhe ok jetzt würde ich dich ricky jetzt mal richtig nein nicht dazwischen ja also verdammt verdammt ok ich mache das ja wie die tipps zu dem morgen das deutschland spiel das ist eine wichtige ich will ich weiß gar nicht ob ich sie heute ausbringe 30 aber doch doch ich spiele es heute noch aus reich ist deutschland spiel 3 0 3 0 man nimmt mich das orakel oder die magische mies muss das orakel von matrix also wir sind von matrix das orakel aber wir können sich keine filme wieder ein ich glaube ich komme einen abend bei dir vorbei dann wir gucken wird erst so ein 3 2 1 los ja das machen wir müssen das ja das machen aber das ist ja noch geheim das neue alte format ja ja ich weiß schon was auch mit fifa zu tun ja habe ich schon wieder mit dieser ist einfach du dieser saugen wie tipp ich denn das deutschland spiel 3 0 ist eine gute sache hatte ich schon bock drauf wird mir spaß machen ist schon geil ich sag 4 1 dass sie schießen ich sag du sagst sie schießen ein tor ich bin mal verrückt ja was war das denn da steht einfach ein blöder weg wegen dir weil du ihn da hingestellt hast wie ist denn so was möglich ricky pures können wie geht denn so was wo schießt ihr denn ich war doch da oben genau was passt doch ich sag immer dass ich gegen ricky eigentlich ganz gut bin aber wenn wir den aufnehmen dann ricky ist eine turniermannschaft oder oder wenn wir privat spielen das ist alles so fängt und damit du dich sicher fühlst weißt du ja jetzt tust du so beschlecht wird er zieht mich manchmal 5 0 ab oder so was das ist dann echt so aber sobald wir aufnehmen bin ich der größte gegner den er je hatte tust du mich immer nur so hat er gerade vom kopf getreten sein eigene mitspieler hat er nicht toll wenn du mittelfeld bist was wirst du nicht will ich nicht alles will ich doch toa kretsch nein ich wollte drüber springen die kretsch habe doch schon auf 100 metern gesehen dass du die machst was 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 war das denn jetzt weil ich ihn ausgespielt habe achso was nein kretsch nein nimm dich doch an was ist denn los mit dir tor hör auf tors zu sagen im mittelfeld hör auf mich auf zu schubsen im mittelfeld keine kontroler ist aus nein oh gott ich weiß gar nicht ob die alt sind ich habe tatsächlich keine ahnung Tor oh jetzt jetzt pass auf das ist nicht dein ernst das ist nicht dein ernst Tor los nach vorne Ameisen Tor jetzt wird für dich was im richtigen danke lauf junge ah jetzt geht der tower draus scheiße was war der abseits 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 oh man danke wow die zweite halbzeit die zeichnet sich durch was oh ha nein das gibt's doch nicht oh um Gottes willen komm schon komm schon mach sie doch endlich nein oh das gibt's doch nicht oh mein Gott oh mein Gott das gibt's doch nicht oh mein Gott oh noch nicht so doll na abseits oder nicht oh ich habe ihn drin gesehen scheiße du alter Mann 10 zu 7 Schüsse oh hallo Tor hör auf doch der controller geht aus ist er dich aufgeladen oder warum ist er mit Kabel Tor wie mit Kabel keine Ahnung das Kabel ist irgendwie hast du den Kontroll schon wieder kaputt gemacht ja alter Rikki es donnert hörst du das ne alter der Donner das gibt es ja schon wieder da du kriegst heute kein ich hab heute schon der zweite ich bin ich mir so am schützen bin ich mir so kalt ich muss ja die Heizung anmachen hör auf so was zu sagen es ist halt echt kalt ich sitze hier in langer Hose ihr sitzt ja nackt äh iiii 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 Tor auf Torstensorge bitte fällt Tor oh mein Gott nein ja 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 was hat er gemacht sieh doch ab hat er gesehen wie er Ballett um dich getanzt was ja greife ich doch an eigener Mann im Weg oh ich dachte schon komm okay oh man komm schon oh komm schon nein NIEIN wo ist eh geworden ist der Zeit ist nein oh mein Gott ist das spannend oh dann ist ein Schuss Los komm 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 alle Mann nach vorne NIEIN Beste Angriff aller Zeiten, Ricky Danke Wie viel Meter kamst du? Eins, zwei, zwei Meter Okay Hui, aber war auf jeden Fall Ein schönes Spiel, Ricky War auf jeden Fall ein schönes Spiel, Ricky Ich hab den Pokal geholt gegen dich Siehst du das? Yeah Freundschaftsspielmeister bin ich geworden gegen dich Du bist das Konfetti überall Lass dich mal eine genugene Meisterschaft Vielen Dank, Ricky, für das kleine Match gegen dich Ja, für mich hast du gewummsed Ich hoffe, euch hat es auch gefallen Falls ihr, lasst eine Präsidiertin da Und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein Wenn wir mal wieder FIFA spielen vielleicht Ciao, ciao Ciao Damsi